Hallo, ihr fabelhaften Steinbock-Geborenen und Steinbock-Ascendenten. Herzlich willkommen zu eurem Horoskop Liebe und Leben im Juni 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf, selbst auch Steinbock. Im Juli dreht sich vieles bei euch um Partnerschaft und Begegnungen. Es kann ein erfüllender Monat werden, wenn ihr mit Empathie und Feingefühl auf euren Schatz oder euren Flirtpartner zugeht. Falls ihr eine Beratung in einem ganz persönlichen Anliegen braucht, bin ich gerne für euch da. Ihr erreicht mich über mein Kundentelefon oder meine Homepage und beides verlinke ich unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier im Bild. In meiner Verlosung gibt es diesmal eine Uranus-Beratung zu gewinnen. Das ist sehr spannend für euch, denn die anregende und aufregende Energie von Uranus kommt in einem positiven Aspekt zu eurer Steinbock-Sonne daher. Schaut euch dazu auch mein Special an, Wind des Wandels und da gibt es auch eine Sonderaktion mit einer Uranus-Beratung. Aber mit etwas Glück könnt ihr die Beratung auch in der Verlosung gewinnen und wie ihr daran teilnehmt, das erfahrt ihr am Ende des Videos, also bleibt dran. Jetzt schauen wir in die Sterne für den Juni. Euren Erlebnishintergrund mit den langfristigen Tendenzen und welche Geburtstagskinder besonders wichtige Aspekte empfangen, diese Informationen findet ihr in meinem ausführlichen Jahreshoroskop. Das gibt es als Video und auch als Buch zum Nachlesen. Liebesgöttin Venus steht noch bis zum 13. Juni in eurem kosmischen Partnerhaus. Das ist ein sehr schöner Aspekt für Begegnungen und Geselligkeit. Ob ihr das Beste daraus machen könnt, hängt sehr stark von euch selbst ab. Wenn ihr unter Stress steht und mit eurem Gegenüber ruppig und unbewusst umgeht, wird die andere Person sich zurückziehen und ihr verpasst vielleicht eine ganz tolle wertvolle Liebeschance. Wenn ihr rücksichtsvoll und empathisch auf euer Gegenüber zugeht, könnt ihr die Person um den Finger wickeln. Das ist aber nicht ganz einfach für euch, denn Lilith macht zurzeit viele Steinböcke kompromisslos. Sie steht hier gleich bei Pluto und Saturn, der steht ja auch noch bei euch im Zeichen. Das sind nicht unbedingt die charmantesten Konstellationen. Aber wenn ihr euch ein bisschen Mühe gebt, wirkt ihr sehr überzeugend und könnt einen starken Einfluss auf andere Menschen ausüben. Es liegt nun bei euch, wie ihr das gestaltet. Am besten funktioniert es mit Charme und Feingefühl. Denkt immer an den schönen Spruch, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Ihr könnt gleich das erste Wochenende des Monats nutzen, um eine innige Verbindung zu eurem Schatz oder den Menschen, die euch wichtig sind, aufzubauen. In der Woche drauf, besonders zwischen dem 5. und dem 9. Juni, bildet die Venus dann stressige Aspekte zu den harten Planeten hier bei euch im Zeichen und dann wird das eben wichtig, dass ihr euer eigenes Verhalten bewusst kontrolliert und euch umgänglich zeigt. Die Alternative wäre, dass ihr ganz klar ansagt, dass ihr Zeit für euch selbst braucht oder euch wichtigen beruflichen Projekten widmen müsst und dass das Privatleben so lange warten muss. Aber irgendwelchen Ärger nach Hause bringen oder gar am Partner auslassen, das geht gar nicht. Und das würde auch wirklich nach hinten losgehen mit diesen Konstellationen. Am 13. Juni ist dann der Neumond im Zeichen Zwillinge und das betrifft bei euch den beruflichen Bereich. Da habt ihr eine Chance, ein interessantes neues Projekt anzuschieben. Für manche Steinböcke lohnt es sich auch, zum Neumond über eine gesundheitliche Maßnahme nachzudenken, zum Beispiel, wenn ihr eine Gewohnheit ablegen oder eure Ernährung umstellen wollt. Am gleichen Tag wechselt auch die Venus das Zeichen und geht in den Löwen. Sie lenkt dann die Energie bis zum 9. Juli auf Partnerschaftsfragen, wenn ihr in einer festen Beziehung seid. Es kann nun auch ums Geld gehen und darum, ob die Werte in eurer Beziehung fair verteilt sind. Die Sterne zeigen, dass ihr sehr empfindlich seid, was euren Selbstwert angeht. Selbst euer allerliebster Schatz darf euch nicht etwas wegnehmen, was eurer Meinung nach euch gehört. In diesen Wochen solltet ihr euch mal darüber austauschen, was euch eure gemeinsamen Werte bedeuten. Und wenn ihr euch gut versteht und keine Geldsorgen habt, kann das auch eine gute Zeit sein, um eine gemeinsame Anschaffung zu tätigen, die ihr euch schon lange gewünscht hattet. Ebenfalls an diesem Neumond geht der Merkur ins Zeichen Krebs und damit in euer kosmisches Partnerhaus. Leider bildet er dann gleich einen stressigen Aspekt zu Saturn hier in eurem Zeichen und da würde ich euch raten, euch mit kritischen Bemerkungen zurückzuhalten. Ihr neigt jetzt dazu, eure eigene Unzufriedenheit oder euren Stress auf den Partner zu projizieren und der würde dann sehr getroffen reagieren. Weil wir am 15. und 16. sehr schöne Partysterne haben, solltet ihr lieber ausgehen und euch gemeinsam amüsieren. Vom 17. bis zum 20. Juni stehen die Sterne viel besser, um Gespräche zu führen. Aber denkt vorher gründlich darüber nach, ob es wirklich nötig ist, den Partner zu kritisieren. Wahrscheinlich löst sich das Problem von selber in Wohlgefallen auf. Sehr schön für fest liierte Steinbockpaare ist, dass im Juni eine starke erotische Spannung aufkommt und ihr viel Lust auf euren Schatz verspürt, auch wenn ihr schon länger zusammen seid. Diese Spannung beginnt mit dem Neumond und erreicht ihren Höhepunkt zur Sommersonnenwende am 21. Juni. Und an diesem Tag geht die Sonne mittags um 12.07 Uhr ins Zeichen Krebs und damit in euer Partnerhaus. Das heißt, Begegnungen und Partnerschaften bleiben für euch auch in den kommenden vier Wochen ein heißes Thema und ihr solltet euch auf jeden Fall Zeit für erotische Stunden mit eurem Partner nehmen, auch wenn ihr beruflich noch so eingespannt seid. Die Sommersonnenwende läutet dann auch den heißen Liebessommer 2018 ein und diese Konstellation lenkt für viele Steinböcke ganz viel erotische Energie in eure feste Partnerschaft. Wenn ihr noch Solo seid, bietet der Juni aber auch viele Flirtchancen und schöne Begegnungen. Auch eure Freundschaften stehen unter guten Sternen. Ihr habt viel netten Kontakt und könnt auch neue Leute in eurem Freundeskreis willkommen heißen. Alles wie gesagt immer unter der Voraussetzung, dass ihr euch um einen freundlichen Umgangston bemüht und den kosmischen Druck, unter dem ihr hier steht, nicht unbedacht nach außen weitergebt. Wenn ihr merkt, dass ihr nicht gut aufgelegt seid, zieht euch lieber zurück oder widmet euch persönlichen Projekten und bittet die anderen dafür um Verständnis. In der Nacht zum 27. Juni beginnt dann die Rückläufigkeitsphase von Mars, die bis zum 27. August dauert. Das Ganze spielt sich hier bei euch im Geldhaus ab. Es kann also sein, dass finanzielle Angelegenheiten ins Stocken geraten, dass Leute Rechnungen nicht bezahlen oder umgekehrt ihr selbst mit euren Zahlungen im Hintertreffen seid. Natürlich immer vorbehaltlich dessen, wo der Mars in eurem individuellen Horoskop zu stehen kommt. Das müsste man dann mal in einer persönlichen Beratung klären oder ihr könnt es auch in meinem Webinar Antonias Sterne anfragen. Jedenfalls ist die Phase mit dem rückläufigen Mars allgemein etwas schwierig und viele Angelegenheiten, die man Ende Juni angefangen hat, geraten ins Stocken. Das kann auch eure feste Beziehung betreffen. Da müsst ihr in dieser Zeit aufpassen, dass ihr euch nicht wegen finanziellen Angelegenheiten streitet. Ihr könnt davon ausgehen, dass sich viele Dinge ab September von selbst wieder regeln. Deshalb lasst euch nicht zu nervös machen von dieser Phase. Am 28. Juni haben wir dann einen Vollmond in den Zeichen Steinbock und Krebs. Solltet ihr euren Partner oder wichtige Menschen vor den Kopf gestoßen haben, wird euch das rund um diesen Vollmond beschäftigen und ihr habt wahrscheinlich ein schlechtes Gewissen. Im Juli haben wir aber versöhnliche Konstellationen. Da lässt sich das dann klären und ihr dürft euch auch ruhig mal entschuldigen, wenn ihr euch daneben benommen habt. Ich weiß, der Steinbock gibt es nicht gerne zu, wenn er nicht perfekt war. Ich bin ja selber Steinbock. Aber es würde die partnerschaftliche Situation doch sehr entspannen, wenn ihr eventuelle Fehler zugebt. Ihr könnt euch dann schon mal auf eine romantische erste Juliwoche freuen. Das waren eure Konstellationen im Juni. Wenn ihr mehr über euer persönliches Horoskop wissen wollt, zum Beispiel wie sich eine Liebes- oder Finanzsituation entwickelt, dann könnt ihr euch gern für eine Beratung an mich wenden. Alle Infos dazu findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung. Mein nächstes Webinar Antonias Sterne ist am Freitag, den 29. Juni um 17 Uhr. Da könnt ihr mir eine Frage zu eurem persönlichen Horoskop stellen. Das könnt ihr zum Beispiel nutzen, um zu erfahren, wo der Wind des Wandels mit Uranus jetzt durch euer Leben weht. In meiner Verlosung gibt es diesmal eine Uranus-Beratung zu gewinnen. Darin erfahrt ihr, welche aufregenden Veränderungen mit Uranus für euer Leben anstehen. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil, postet mir hier einen netten, konstruktiven Kommentar und abonniert meinen Kanal. Und ich freue mich auch riesig, wenn ihr meine Videos teilt, sodass sich auch eure Freunde über die Botschaft der Sterne informieren können. Zum Abonnieren einfach hier klicken, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Schaut euch auch unbedingt mein Special über Uranus an, Wind des Wandels. Und, falls ihr sie noch nicht gesehen habt, empfehle ich euch meine Videos über Chiron im Widder und Saturn im Steinbock. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.